Wenn uns Kollegin Annina Frey wieder in waghalsige Mutproben stürzt, heisst es Frey von Sinnen. Diesmal versucht sie sich in fünf Randsportarten. Dabei geht sie unter Wasser, an Land und in der Luft an ihre Grenzen. Zum Auftakt ist sie gerade einmal abgetaucht. Im Hallenbad Oerlicken spielt sie mit dem Team Wahoo Underwater Hockey Zurich. Wie es der Teamnamen schon sagt, Unterwasserhockey. 6 gegen 6 Spieler, alle mit einem Ziel, den Böck auf dem Grund des Schwimmbeckens ins gegnerische Tor zu bringen. Das ist Unterwasserhockey. Hopp! Und sie sind wieder alle weg. Zack, sie sind alle weg. Ich habe nicht was passiert. Was hier unter Wasser alles passiert, das hat sich für Neobadenichse Annina Frey noch nicht erschlossen. Zum Zuschauen ist es jetzt nicht der spannendste Sport, weil alles passiert irgendwie unter Wasser, aber ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn ich unter Wasser bin. Zum Glück kommt er dahergeschwommen. Robin Schwaber, Annina Freys, Unterwassercoach. Hey, hoi. Hallo. Hallo. Du bist Robin? Ja, genau. Das geht ja recht abgeräuchten, aber vor allem Unterwasser. Also Oberwasser ist ja nicht so viel. Ja, das ist alles unter Wasser, richtig. Das heisst, du zeigst mir jetzt, wie es genau geht, wie man unter Wasserhockey spielt? Das mache ich sehr gerne, ja. Cool. Was mache ich? Das Bootzeug ziehst du anziehen. Also gut, das Bootzeug anziehen. Dann melde ich mich nachher zurück. Ja, genau. Gut, dann machen wir das. Ich kann schwimmen, das ist schon mal keine schlechte Voraussetzung. Luft anhalten kann ich auch. Es ist ja ziemlich athletisch auch. Und eigentlich kann das jeder spielen. Die Frage ist einfach, wie lange das man braucht, bis man einigermassen spielen kann. Also was brauche ich alles? Also das Packen hast du schon mal an. Packen? Genau, das brauchen wir auch. Okay. Am besten fangen wir oben mal an. Ja. Wir haben so eine Kappe hier. Zum Schutz vor allem für die Ohren. Es gibt immer weises Team, schwarzes Team. Das heisst, jeder Spieler hat eigentlich immer zwei Kappen, weiss oder schwarz. Okay. Ich gebe dir jetzt mal, welche Farbe hast du lieber? Roserot. Roserot? Haben wir leider nichts. Für dich schwarz. Okay. Schwarze Kappe für dich. Voila. Gibt es da so einen Test? So einen Saugtest irgendwie? Genau. Du kannst sie anhalten und dann hinsaugen und wenn sie hält, ist es eigentlich gut. Gut. Die ist doch gut. Ist das auch schon mal gut? Der ist aus Silikon. Einen Spiderman hast du schon? Das ist doch Spiderman. Spiderman! Passt das? Ja. Sieht gut aus, ja. Wieso ist Silikon? Silikon einfach gerade wegen dem Wasser und er ist von Schutz zum Boden, zu anderen Schlägen zum Pöck. Okay. Ich habe meine Farbe gefunden. Fast pink. Was du noch brauchst, ist natürlich. Du aber nicht individuell. Und fuck. Perfekt. Ist aber ziemlich schwer. Ui! Okay. Ich habe mich gewundert, das ist ja nur am Boden. Genau. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch kein Blasterschimmer, was auf mich zukommt. Und man sieht jetzt eine Masse von Leuten, die in der Mitte eines Schwimmbads schwimmen und dann macht es klopp und alle sind weg. Ich und Flossen? Flossen sind nur gut im Wasser, ausser da nichts. Ich merke es. Hey, das habe ich bescheuert. Also. Okay. Okay. Einfach drüber? Ich hoffe, es schwimmt ungefähr. Sie müssen noch ein bisschen eng sitzen. Ich habe hier oben oder so. Und jetzt bist du eigentlich stark geworden. Von Kopf bis Fuss ausgerüstet. Jetzt folgt die Probe aufs Exempel. Am besten einfach mal schwimmen. Okay. 15, 20 m. Obligatorisch vor dem Spiel aufwärm crawlen und tauchen. Das ist ja mal einfach. Wenn es nur dabei bliebe. Das ist ja so. Fertig geübt. Nun muss Alina Frey in einem Unterwassermatch die Anweisungen ihres Coaches umsetzen. Mein Ziel ist, dass Alina ein Goal schiessen kann. Ich werde es kämpfen und miteinander spielen. Das ist in so einem Knäuel, alle unter Wasser. Luftblasen, Schläger, Flossen. Ich glaube, es wird sehr ein Chaos unter Wasser. Es ist eigentlich nur ein Chaos, wenn man es nicht kennt. In dem ganzen Spiel sind es Informationen, Strategien mit drin. Auch wer ist wann oben, wer ist wann unten. Wir sind im Knäuel. Weitere Musiker Wie beim Eishockey gilt beim Unterwasserhockey Fairplay. Der Pack darf nur mit dem Schläger berührt werden. Musik Gespielt wird zweimal 15 Min. Da ist Lungenvolumen gefragt. Musik Musik Man muss wirklich sehr viel Atmen haben, um zuerst runter zu gehen und ein, zwei Schüsse zu machen und dann sofort wieder rufen. Also es braucht wirklich sehr viel Atmen. Ich habe natürlich nicht, dass die Spieler sehr viel trainiert haben. Musik 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 Und das ist nicht die einzige Herausforderung. Musik Das ist ein Eisgetümmel. Das ist so ein Haifischbecken dort unten. Da kriegst du eine Flosse links an den Kopf. Musik Das ist so ein Steckerrechterkopf. Das ist wirklich ein Eisgetümmel. Es gibt schöne blaue Flecken. Eigentlich ist es ein Non-Contact-Sport, hat man gesagt. Also kein Körperkontakt. Dank guter Steilvorlage ihrer Teamkollegen ist es. Team Anila gegen Team Weiss 1 zu 0. Und das bedeutet Ziel erreicht. Ich habe ein Goal geschossen. Ich habe mega Freude. Sie hat das sehr gut gemacht. Ich bin überrascht. Sie war vielmals unten. Auch in der Nähe des Pöck. Sie ist gut mitgeschwommen an der Oberfläche. Ich habe gemeint, es ist ein bisschen Bikini anziehen. Ein bisschen baddeln. Dann so ein bisschen ... Aber nice ist es nicht. Es ist ... Es ist Sport. Und mit dem Wasserwiderstand, das merkt man dann relativ schnell, dass es doch noch etwas herausfordernd ist. Hooray! Hooray! Irgendwie nicht so richtig zusammenpassen.